Oh, das ist ein Skifahrer. Jetzt geht's abwärts, Freunde. Komm, wir spielen mal wieder Grand Prix, Freunde. Das haben wir noch so lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob wir das noch können. Aber normalerweise ist das wie Fahrradfahren. Chat, Grand Prix ist wie Fahrradfahren. Safe. 1000%. Mal gucken, ob er jetzt diese Züge kennt, aber... Wenn er die jetzt kennt, dann sind wir echt auf einer Elo, Freunde. Wo man sagen kann, Kugel, du spielst jetzt mit den großen Fischen. Es gehen keine Dricks mehr. Are you sure about that? Kennt er nicht? Neh, mal gehen. So, wir kasten rein. Dricks, A4Kids, Koro. Ja, du kennst die Sprüche alle, ne? Oh, die Sonne geht gerade aus und die... Die, ähm, nicht Alarmanlagen, sondern... Hier, Freunde, die Taschenlampen an der langen Lampe. Wie heißt die Scheiße nochmal? Straßenlaterne. An den Straßenlaterne. Gehen an. Die Sonne geht aus. Was hab ich das gesagt? Hab ich gesagt, die Sonne geht aus? Ich denke, als ob ich das gesagt habe. Lol. XD. Die Sonne geht aus. Pock. So. Wir spielen ganz normal. Die Sonne geht aus. Fetch. Aber die geht ja auch wieder an morgens, Freunde. Die geht ja an und aus, ne? Da hat die Regierung so einen Knopf, Freunde, und macht so an und aus. Die projizieren die immer an den Himmel. Genau wie den Mond, ne? Freunde. Das ist ja klar. So, was machen wir denn hier? Ich darf sowas nicht sagen, Chat, ne? Ich glaub, die Hälfte des Chattes denkt jetzt, ich bin ein Schwobler. Weil die nicht raffen, dass das... Dass das gerade getreut war von mir. Deswegen, Chat. Chat, nochmal gesagt? Das war gerade nicht ernst gemeint. Gell? Kurze... Kurze Info, Freunde. Das war gerade nicht... Nicht ernst gemeint. Die Sonne geht aus, aber der Prime Sub geht an. Mega. Ich hab mir heute das erste Mal Öl ins Gesicht geschmiert, Chat. Weil ich keine Sonnencreme mehr hatte. Dann hab ich mir so Rituals-Öl genommen, was ich im Bad gefunden hab. Und hab mich damit eingecremt. Ist das nicht gefährlich? Wie? Ne, das Öl... So, wollt ihr noch ein Heimsteinschlauch? Das ist, äh... Weiß ich nicht. Buddy Lotion stein da drauf. Buddy Öl. Buddy Öl. Ähm... Ne, das ist nicht gefährlich. Gar keinen Fall. Meine Angel bleibt draußen. Nein, Freunde, Angel wieder einholen. Komm. Komm. Nimm Olivenöl, vertrau. Dann glänzt man richtig, ne? Rapsöl eingeschmiert und ab in die Sonne. Ja, dann fängst du Flammen. Dann kannst du auf dir ein Spiegelei braten. Geil. Freunde, habt ihr Bock, wenn... Wenn ich so im Park liege mit meinem Sixpack, dann hau ich mir Olivenöl auf meinen Bauch und dann könnt ihr da ein Olivenöl drauf braten. Würdet ihr das machen? Wird das geil? Hätte das was vielleicht mal. Ähm... Ivo Twitch, danke dir. Für deinen, für deinen, für deinen, ähm... Sub. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Hast du eher ein One-Pack? Ha! Tja, du hast mich ohne T-Shirt wohl noch nicht gesehen. Mein Lieber. Ich hab da oben ohne gestreamt. Schau mal auf die Tags. Da ist der Tag entstanden. Muskellös. Wir haben Sixpacks, Freunde. Sixpacks, aber nur One-Piece. Äh... Morfla. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Warum ein Sixpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann? Warum ein Sixpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann? Ist so, ne? Aber... Es stehen noch viele Leute auf Bauch. Chat. Deswegen. Ich hab mal so, mal so. So ein Bauch zum Kuscheln, Freunde. Ist schon was Tolles. Ähm... Bald Kugel auf Onlyfans. Vielleicht bin ich ja schon da. Und du weißt es bloß noch nicht. Mein Lieber. Ich heiße da... Ähm... Black Long Bishop. Black Long Bishop heiße ich da. Auf Onlyfans. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Okay. Boah, Heberbeats wüsste jetzt genau, was zu tun ist, ne? Der weiß generell immer, was zu tun ist, hab ich das Gefühl. Heberbeats weiß in jeder Stellung, was Sache ist. Was erzählst du denn da? Ein Zehntgen lang. Mach einfach den. Wir bringen Ruhe rein. Warum Black? Was meine Lieblingsfarbe ist... Ähm... Ich hab Bauch. Mein Hund auch. Der macht mir alles nach. Wie, dein Hund hat Bauch? Die sehen alles. Die sehen alles. Freunde. Ich wette, die Hälfte von euch hat das nicht gesehen. Du hast dir heute sowieso einiges erlaubt. Aber mein Gegner sieht's, Chad. Mein Gegner sieht's. Alle Male. Klar, der hat auch 1900 Elo mehr als ihr, aber... Alter! Trotzdem. Nice move, Genius. So, wenn man was weniger hat, tauscht man ab, ne? So ist das doch. Ähm... Ich achte gar nicht aufs Schach, sondern nur auf den Butsch. Ja. Ja, ich kann gut ablenken, ne? Das stimmt wohl. Ich kann das echt gut überspielen, ne? Dass wir was weniger haben. Ich hab das einmal so gut überspielt, dass ich was weniger habe. Da hab ich selber gedacht, ich hab was mehr. Oh, jetzt nimmt da mein scheiß Springer raus. Freunde. Ey. Ey. Ja, das ist doch alles Kacke. Das ist alles Kacke. Ich biet mal Remi an. Zwei Figuren hintereinander zu blenden, ist schon ne Leistung, Freunde. Das muss man allemal sagen. Allemale. Wieso nimmt er den wohl nicht, Freunde? Ich glaub, er will uns quälen. So einer ist das. Ich glaub, er will uns quälen. Oder er ist AFK gegangen. Mutter hat gerufen, Freunde. Kann auch sein. Du hast doch viel mehr Zeit. Ja, das stimmt. Hast du recht. Wir haben viel mehr Zeit. Nein, was macht der denn da? Stimmt. Also auf dem Brett. Der hat einen Zahnarzttermin. War 22 Uhr. Sag mal. Wir haben schon wieder unseren Springer geblendet. Ich bin so dumm. Doppelt hintereinander. Springerblender. Also wenn er den jetzt nicht nimmt, ey. Sag mal. Wieso nimmt er meine ganzen Figuren nicht? Der Otto. Bro, du standest auf Gewinn. Naja, sicherlich. Mit weiß stehst du halt immer auf Gewinn. Das ist halt das Ding. Boah, wenn ich den spiele, kann ich ihn nicht mal rausnehmen. Ist das... Haben wir hier eine saftige Fork? Koläische Schnüschel, oder? Ja, aber bringt die was, Chad. Bringt uns diese Fork was. Na ja. Was weiß ich. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Oh mein Gott. Wir sind so dumm. Alter, wir sind so dämlich, Chad. Wir sind die drei Züge hintereinander geblendet. Ne, vier sogar. Erst den Springer, dann Doppelspringer und jetzt noch einen Turm reingeblendet. Beim fünften Mal hat es funktioniert, Freunde. Beim fünften Mal hat es geklappt. Ja, wir sind die Tourne mal wieder sauber. Geil. Beim fünften Mal. Ach, man. Wir können aber auch nur mit Tricks gewinnen. Das ist halt so belastend, Chad. Oh, die Sonne geht gerade aus. Untertitel Mal. Jetzt. Ramadan. Alles.